moin moin tag servus und willkommen zurück zu einer weiteren folge ich beiß in den tisch raft ihr lieben wir haben uns erlaubt das hier oft bin zu machen erstmal herzlich willkommen und ich bin auch wieder dabei der nobody teilweise habe ich das problem ich muss die dpi teil meiner maus wieder runter drehen und teilweise sind ruckler drin ja deswegen war ich jetzt nicht sehr erbaut aber wir haben es geschafft hat zirka kommen dass mich so minuten gedauert gut hier kann man nicht reinfallen so waren wir die teile so was brauchen wir jetzt noch war noch irgendwo tokens ich habe jetzt keine die ich jetzt gesehen habe ich ein kassiert so ordnen sind ja noch mal gucken ich weiß nicht ob ich schon gut ich hätte ja schon mal einen rundgang gemacht wo du da hinten warst und die kabel gesammelt hast und gucken wir uns das mal an gut eingegeben adiado ich will das als deko haben raum kapsel wie schön blubrind schatz großer rucksack alles andere ist mir egal ich habe einen großen rucksack ich habe verdammene brühe lecker noch irgendwelche oh hier ist ein hartbruch noch geil ich habe noch tokens einen habe ich jetzt gerade gefunden also das haus hier ist ja schön und gut aber wo pennt sachen wir nicht hier drin keine ahnung ja gut wir haben einen bauplan ich will mich nicht beschweren bevor wir was machen würde ich sagen gehen wir zu unserem raft wieder am besten was jetzt hier im vergleich zu dem hier nicht mehr so riesengroß aussieht so rumlaufen 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 eintreten und er hoch und hier seit aber selbstverständlich also guck mal wir haben jetzt mit dem alten rucksack den extras gehabt jetzt ziehe ich den alten aus 15 extra slots also musst du erst einen rucksack leer machen die slots erst schon ausziehen kannst dann kannst du hier liegt am boden der neue es ist fantastisch da kann ich jetzt noch mal alles besser sortieren sterne essen hast du schon angezogen und deine sachen dabei schatz ich hole mal von dir noch den hell mit hast du dir ausreichend rüstung angelegt gute rüstung habe ich schon mal die gebrauchten so dann würde ich sagen erstmal noch mal schnell aufbüllen essen trinken wollen wir jetzt in schaufeln wir machen was wir jetzt schon überall schaufeln oder schaufeln hier vorne oder wollen wir das erst mal lassen wo wir wollen naja das fällt davon hat wieder mal schaden ich glaube nicht dass ich da graben wird schatz ja deswegen ich hoffe ich die hier lasse darum geht es jetzt habe zwei schaufeln gefunden weil wie gesagt da sind käfer rausgekommen ne danke ich habe dann soweit eigentlich schlecht statt klar und ich bin aber kurz schatz ja wo bist du bei dem tisch hier oben wenn du noch mal hoch kommst die 1 deck pfeile noch mal für dich immer schnell weg die pfeile hier so so gut viel viel platz danke lassen wir da und ich sagen gehen wir erstmal hier hoch aufs dach und haben spaß mit der hat hat ja wieso fehlt was jetzt hier bescheid sein können dass du schon drüben bist ich sage lass uns rüber gehen ich bin auch so ein ding gesprungen ja natürlich kriegst du hast du ein zipline tun ja komm doch hier hoch guck hier ist eine treppe ja genau die habe ich gesucht jetzt mal oben also wenn du dein zipline tun hast das muss ich mal hier liegen ja so ja das ist für mich müll dann müssen wir ganz sagte hier hinspringen und dann würde ich sagen auf den neuen ufern ok es wäre jetzt hilfreich alles so zappen dusch da ist also ist das ja ein ghost town das ist jetzt nicht wo wir lang müssen wir über studieren was mir hier ist noch irgendwas hier ist noch was eine münze also sollten wir jetzt mal gucken ob sie münze gibt ist auch noch eine münze warte mal wie viel haben wir denn jetzt 38 münzen ich freue mich ich gehe mal gucken kann ich hier rein zwei zugangsschlüsse ich möchte dann wieder organisieren der einen habe ich glaube ich oben eingesammelt also ich glaube dahinter sollten wir noch nicht ich weiß ich nicht ich wollte auch alles an benutzen versteckt offen das ist gemummelt hier das ist gemummelt das ist gemummelt von dem tor ich komme die leiterin heran gehst hörst du stimmen wir sind schlüssel gut ok 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 ich kann gerne gerne mal hier auf der seite ob hier noch ein paar tofens rumliegen also ich glaube wir müssen da hinten wieder oder schloss war aber ich spreche einfach mal ein kürzester weg und so fragt mich ob wir auch noch in die gebäude reintauchen müssen das ist eine gute frage so wirst du schon also ich bin ja ich bin da hinten stehen ja ich hatte ich gemacht ich zu natürlich nicht nur noch mal stehen magische schlüssel bevor sich nicht dass jetzt ich habe wir sind im hochhaus aufzug sagen ich gab ich probiere meine sache ich drück mal runter da kommt immer ein bisschen mittiger nicht dass du raus responses wäre klar war würde ich nochmal nach unten drücken hat aber nicht funktioniert so gut und wir ovat studieren ins meinstiebäude und die fans sind mir auch cool jetzt noch eine mütze babachi lud dir weißt du wir denken wir haben jetzt so viel und am ende nur andere 20 münzen da draus springen ist wahrscheinlich benötigt zahnrad sein benötigt hammer ich habe kein hammer vor sich deswegen gerne runter ich bin schon wo komme ich hier sicher ja ich habe mich auch gepasst ok ich bin hier vorne am rand stelle dürft ihr eigentlich ich war aber nicht dran ok nehmen wir mal was aerodynamisch ist ein speer ich nehme jetzt gar nichts in die hand gleich geht es besser eben auch einmal der hänger obwohl nichts vor mir direkt war und nichts hinter mir was hat hier klappt ich wollte eigentlich immer auf die ecke springen das geht und dann warten aber wird immer runter gefickt ich probiere mal was anderes probiere jetzt was anderes da war nichts und ich bin durchgeflitscht schön da ist mal wieder gelaufen du musst wieder wohl durch die tür ja ich muss mal gucken ob ich hier wieder irgendwie aufdruck hole ja so einmal einmal i'm hating it i'm hating it wo muss ich denn gelangen da muss ich hin ok nein ich oh man drückt strg um gehockt zu bleiben nein gnadenlos einmal drangenutzt ok passiert nichts dann hockst du dich und dann in dem moment in dem moment wirst du nach unten befördert was ist denn jetzt hier das ding wenigstens wenigstens ich hasse es ach du lieber schwarze schwarze ich wünsche mir mal man wo ich nicht nicht das ich glaube ich habe einen anderen weg gefunden soll ich dann warten weil ich bin jetzt wieder am fahrstuhl du kannst gerne hoch du musst jetzt noch mal gucken wie ich hier lang so also ist hier hoch jetzt mit dem hammer die enterprise noch angegriffen aber gut ja das hier ist mir zu friedlich das ist wieder so ein rätsel trallala das ist jetzt die ganze zeit wir haben ja ich mich ja gut nachher müssten wir da ein zahnrad hin machen warum auch immer wir haben jetzt keine andere wahl ich muss runter und wir sagen wenn wir wieder kisten gebraucht auch wieder ich könnte ich konnte da kann ich kann nur ein paar fragen aber ich kann nicht entklettern mit kisten versuchen die hochzukommen weil es auch schon eine kiste ohne ich kann nicht springen das problem ist ich kann nichts machen ich habe das zahnrad ich kann nicht springen ich kann es auf dem gegenstand legen ich kann den gegenstand weg ziehen das schwebt wo auch hier hinten ist so ein lasten dings wo also von mir aus gesehen geradeaus also da wo diese blauen schrift ist da kannst du hoch und runter bewegen das das ist das ist das ist das ist das ich wehren nicht schön echtes ja das ist ja schön dass ein zahnrad benötigt immer erst mal ganz nach oben ist auch noch ein bisschen nichts benutzen ja ich runter also wie gesagt schwer kann nichts machen ihr lieben wie es weitergeht werden wir in der nächsten folge sehen wenn es alles ich hatte den jump und run hier drin ich bedanke mich bei meiner frau käppchen und natürlich auch bei euch ihr lieben ich habe es hat ein bisschen spaß gemacht und ja wenn ihr mich denn gerne unterstützen möchtet könnt ihr gerne daumen nach oben da lassen oder ein abo und ja dann bis zum nächsten mal tschüss euer nobody tschüss so Bis zum nächsten Mal.